hallo hier ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun donnerstag den 17 februar 2022 damit letzten handelstag vor dem kleineren verfall im februar und der dann am freitag stattfindet und ja da haben wir uns wieder reparierte unser dachs konnte wieder ein bisschen draufhauen hat wieder ein bisschen mehr action auf der unterseite gesehen oder gezeigt aber eben auch oben schön bedient eigentlich ein guter tag untergeordnet fand ich trotzdem sehr ich weiß gar nicht wie ich es bezeichnen soll schwerfettig kann man kann man das so sagen also ich denke der eine oder andere wird es von euch auch so empfunden haben auch wenn wir jetzt so im nachhinein feststellen werden dass er eigentlich die zonen super schön angelaufen hat die wir besprochen haben aber so richtig griffig fand fand ich nicht zum zum mittwoch also falls es dem ein oder anderen da ähnlich geht war definitiv nicht alleine den fand ich unhandlich na also wie er gefallen ist wie ihr gestiegen ist das ist schon ein bisschen mühe gegeben die leute halt auch ein bisschen ein bisschen fern zu halten wobei wir hatten also wir hatten gesagt wenn er wieder gut rein startet im c3 handel das hat er getan hat direkt nach 9 uhr wieder angefangen die grünen katzen durchzuschieben dann hat mir gesagt keiner gut und gerne wieder bis in die 500 in die 550 rein wir hatten aber eben auch darüber gesprochen dass es durchaus wieder sein kann dass das halt einfach dann wieder umgedreht wird dass der markt dann wieder nach unten durchläuft und dann in diese rücklauf bereiche rein geht das sollten sein 300 bis 270 und das sollte sein 180 bis 150 so die 300 haben nicht wirklich getroffen da fehlten ein paar punkte hat sich hier an dem trend bedient ihr seht das aber auch der ist ihm einfach weiter wichtig genau wie der oberer wo jetzt immer noch kein schluss geklappt hat ne ihr seht dass der hat das wirklich auf den lädt wirklich auf die letzte minute der stunden kerze hat es ist ein zwei stunden chart hat er wirklich den channel verteidigt das ist schon ganz schöner bastard das muss man schon sagen halt ne weil natürlich also rein aus der technischen analyse gesprochen wenn dieser abwärts trend bricht ist theoretisch dass hier oben wieder das ziel das heißt wenn unser tag sich wirklich außerhalb von dem trend etabliert dann hat er zum ziel neues allzeit hochzusetzen das darf man nicht unterschätzen und das wird für die nächsten tage auf jeden fall wichtig wenn der hier jetzt eben noch zu weit nach oben rauskommt das wird einfach wichtig weil letztlich deutlich deutlich potenziale dann auf der oberseite einfach aktiviert hat und letztendlich hier das nach und nach alles wieder durcharbeiten kann das geht bei der 640 das geht bei der 49 und das allzeit hoch werden dann wieder möglich wenn er jetzt nicht zügig genug wieder umdreht auch im tages chart wenn der sich hier über dem niveau etabliert haben wir haben wir das jetzt auch gesprochen dann dann dreht es sich wieder ein bisschen auf aber ich würde deswegen jetzt so wie wir das gestern gesagt haben wir haben gestern ein bisschen auch auf der unterseite geguckt die rückläufe dass ich das noch rechne ich sortiere noch nicht zu optimistisch auf der oberseite sein ich will das gerne erstmal sehen und bin bis dahin sogar eher pessimistisch falls sich das jetzt falsch irgendwie raushört das passiert mir relativ oft dass ich eine analyse mache und am ende der meinung bin ja ich habe eigentlich meine meinung ganz gut rübergebracht und der chart ist ziemlich klar und dann schreibt jemand du bist mir zu bullig und ich war überhaupt nicht bull ich war total auf fallen die kurse eingestellt das passiert mir doch des öfteren deswegen einfach noch mal als klaren hinweis stand hier würde ich wirklich erwarten dass unser dax wieder hier zurück rudert aber ich habe im hinterkopf auch hinsichtlich leuten die mich dann fragen hey was mache ich jetzt mit offenen shorts die ich hier unten noch gehalten habe mit denen ich unter 14 800 volt und so weiter das die würde ich hier oberhalb reduzieren weil einfach dann hier auch zack 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 machen kann und dann steht da oben wieder am allzeit hoch ich fände es nicht passend auch mit dem thema was wir im wochenschaft besprochen haben mit neuem tief und so weiter bevor neues allzeit hoch kommt aber ich persönlich würde mich oberhalb hier einfach dann absichern wenn der anfängt den abwärts zu brechen und dann auch noch höhere hoch zu stellen dann kann der durchaus dahin gehen und so eine 57 das wäre dann schon erstmal drin erinnert euch wir hatten ihr gestern kästen gezogen diese kästen sind sogar ein bisschen interessanter geworden weil wir das nämlich jetzt exakt bedient haben was wir hier gestern gezogen haben wir haben gestern nämlich eins gezogen das ging bis 45 hoch und zwar haben wir da gesagt ich glaube hier die erste meiler die haben wir uns geschnappt oder war das bisher ich glaube zwar bisher den haben uns geschnappt und haben gesagt guck mal der steigt eigentlich von bewegungsmuster genau wie beim letzten mal so ja und hatten gesagt dass er vom kursniveau das fast schon erreicht hat und da steckt jetzt mal so dann seht ihr das zuerst dieses dynamische hoch dann runter dann wieder so dieses namen hoch sind genau das haben wir hier gesehen ist fast die identische ausbringung wie die welle das heißt der markt orientiert sich jetzt schon an dieser welle setzt der markt das jetzt fort und versucht nicht nur die teilwelle hier zu drücken sondern eben die ganze welle und dann würde das darauf hinauslaufen dass unser kumpel hier vielleicht noch kein neues allzeithoch anfallen kann aber in das bild reinlaufen könnte ja und dass er dann quasi bis hier oben noch in die 57 reinläuft und das schafft er einem donnerstag freitag schafft er das von den tagen her guckt mal wären wir hier montag früh montag ist das na montag dienstag kann eigentlich nicht sein ich glaube die zeiteinheitsrechnung funktioniert hier nicht doch sie funktioniert also ist es wäre es nächste woche montag dienstag dass er dann hier oben einlaufen können wenn er das wieder genauso macht über dem letzten mal aber auch beim letzten mal sehen wir von hier runter wieder hoch dann per deutschem abwärtsgep runter jetzt haben wir hier auch runter wieder hoch wenn jetzt hier wieder ein deutsches abwärtsgep kommt und er wieder hoch zieht dann macht das sogar fast die identische welle wie es vorher gemacht aber das passiert eigentlich nie dass es komplett identisch wird aber der markt orientiert sich sehr sehr oft an vorherigen bewegungswellen insbesondere wenn es um die zielsuche geht und wie gesagt der erste teilabschnitt ist fast identisch hier dass die die etappe die ist fast identisch zu dem also deswegen würde ich sagen zum donnerstag ist für mich das risiko schon noch mal auf der unterseite aber ich sehe auch dieses aufdrehen nach der fmc und wird ihm schon zugestehen dass er zum morgen noch mal nach oben stoßen kann 15 bis 55 halte ich durchaus noch mal für erreichbar kann mir aber auch vorstellen wenn er dann wieder hier oben anfängt rote stunden kerzen zu spucken wieder ein neues hoch nicht annimmt und sich deutlich nach unten drückt dass sie den dann auch wirklich verhauen und einmal komplett durch den ganzen mittwoch wieder nach unten durch schieben na also einmal oben drüber gucken und wieder komplett zurück würde für einen donnerstag zu einem dax super gut passen und es wird in die situation ganz gut reinpassen und das wäre eigentlich so mein lieblingsszenario für den donnerstag was ich am liebsten sehen würde wollen oder auch handeln würde wollen sollte per stundenschluss über die 550 gehen deutlich drüber also nicht 51 50 und dann long drücken sondern das sollte wirklich sichtbar sein ich würde mal sagen ab 5 75 geht das los 5 600 ist dann schon ein bisschen sicherer dann hat er wirklich potenzial bis noch in die 6 40 gäbe close und die 750 reinzusteigen auch am donnerstag das kann er dann schon vorzeitig abarbeiten deswegen wäre das für mich so ein punkt wo ich einfach sagen würde da muss man einfach mal kurz ins depot gucken hat man noch schluss drin muss man die da unbedingt noch behalten sichert man da vielleicht mal was ab nimmt man aber ein bisschen was zurück und so weiter und so fort das sind immer so wichtige bereiche wie er jetzt hier auch was hat man hier gesagt 1 80 2 30 so was verpennt die leute halt immer wenn man das nicht tausendmal sagt dann sitzen die halt immer noch in den shorts hier oben die sie unten reingesetzt haben weil sie eben nicht bei 1 80 2 30 dann mal rausgegangen sind sondern geglaubt und gehofft haben dass das sich alles wieder eintritt und das passiert aber öfter eben nicht als dass es klappt so gut okay also wir haben besprochen dass ich grundsätzlich instant hier abwärts sehe ich könnte mir vorstellen dass wir vorher ein bisschen stänkern und dass er dann aber noch mal runtergeht sollte unterhalb von 5270 fallen kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass wir in die 15 1 80 15 1 50 reinsteigen 15 100 vielleicht sogar im weitesten also sagen wir mal vielleicht eher 15 1 50 bis 15 100 ja das ist eine wichtige zone und wenn die nicht hält dann geht er hier wieder komplett zurück unter die 15.000 das ist nicht so weit das schafft er in einem tag da muss ein bisschen aufpassen den sollte man noch nicht abschreiben würde ich auch noch nicht abschreiben weil wir uns in dem bewegungs muster befinden wie die letzten wochen und da ging es immer wieder hoch runter hoch und hoch und hoch und ganz wichtig oberhalb von 15 5 50 15 5 60 70 als dax für mich dann schon eher kleine eskalations kandidat auf der oberseite ja also das dazu im tag ist schaden wir jetzt hier deutliches fahrt rausnehmen diese dynamischen grünen kerze die wird eigentlich komplett entkräftet wir sind immer noch unter der 200 tag linie und freunde wir sind von der tages anzahl langsam auch volle mörder durch na also jetzt ist auch nichts mehr mit die letzten sieben tage oder sowas das hatten wir uns mal angeguckt von paar vor ein paar tagen oder wochen sogar der ist wirklich jetzt schon lange unter der 200 tag linie und er kommt nicht drüber und jetzt tut er sich schon wieder am fallenden bollinger band zusammenziehen sollte er von hier jetzt eine rote tageskarte zu werfen halte ich für wahrscheinlich dass wir sogar noch mal die fünf 14.800 direkt angreifen also von hier jetzt nach dem anstieg mittleren band so ein doji hinzuwerfen wenn dann jetzt eine rote tageskarte unter der 3 40 schließt dann ist das eigentlich schon im freifahrtschein noch mal einen durchschluss an der 14.800 zu probieren wir liegen dann immer noch an der 200 tag linie die wird dann irgendwann langsam anfangen sich sogar einzudrehen und das sind dann alles so signale wo man sagen muss das ist nicht ganz optimal halt das spricht vielleicht eher sogar noch für eine weitere abwärts tendenz die nächsten wochen bis in den märz hinein so sehr sehr interessant ja und deswegen sind die zonen für mich sehr wichtig man das spiegelt sich eigentlich auch schön mit der 200 tag linie die liegt ja auch hier oben im bereich um 600 na so dass man hier 570 bis 5 bis 600 ne eigentlich 570 das wird mir schon vollkommen reichen na und geht er da rüber und dann wird es wieder ein bisschen positiver dann kann er auch über die 200 tag linie wieder drüber aber wenn er sich einfach wieder nach unten wegdreht also dann ich kann da nicht in die hände klatschen es tut mir leid gefällt mir dann nicht das ist mir dann nicht überzeugend genug das ist für mich dann zu viel show einfach aber nichts dahinter und das würde ich dann so nicht handeln wollen na der soll soll auch das machen was er zeigt gut ich mache hier das video zu wünsche euch viel erfolg zum donnerstag donnerstage vor verfallstagen können immer noch mal ganz schön wuchtig werden da passt ein bisschen auf dass er nicht zu früh glaubt da geht nicht mehr viel ne also es ist zwar bloß ein kleiner verfallstag aber trotzdem donnerstag vor verfallstagen muss man ein bisschen aufpassen die die haben oft ganz ganz schöne würze drin na also die halt die laufen gut punkte ab hoch wie runter zu und meist sogar auf beiden seiten also die bedienen die bedienen relativ viel ich mache hier aus wünsche euch spaß wir haben uns morgen wieder bis dahin tschüss bei uns mit 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 Vielen Dank.